Ein wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beckshelow, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Knight. Heute bauen wir ein paar Werkbänke und Co. für das neue Haus, ich habe schon ein bisschen was gefahren geblendet, so, wir bauen jetzt mal ganz viel Holz, 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 da habe ich da drin, so, nein, im Betal, im Betal, wir brauchen auf jeden Fall, was brauchen wir diese christlichen Sachen, glaube ich, wie gesagt, in den Werkbäcken habe ich noch nicht so wirklich viel rumgeguckt, was ich da machen kann, das mache ich jetzt alles mit euch, okay, die Steine brauche ich auch noch, da stein da auch noch mal rein. Ich habe den Kopf auf einen Kwarf mal einbezogen, das kann er auf dem Fingerdchen machen. Ich habe den Kopf zu ihm auf enorme Später, was ich draußen, und ich habe keine Diener mit sich mit ein Mikro. Ich habe mich drauf. Das Grüne ist auch das Normalerweise. Heiz, glaube ich. Ich habe das doch gerade drüber gewollt. Irgendwie... Ich gucke mich das Spiel gerade. Das ist die Kurve, ne? Hier ist die Backpack. Ach, dann brüchten wir auch später noch. Ähm... 1, 2... 1... Steine, okay. Jetzt mache ich mal Steine. Jetzt habe ich genug. Okay. Steine habe ich hier genug drin. Das weiß ich. Ich gehe gleich auch noch mal genau rein, was ich jetzt hier krafte. Das ist hier genau, was ich hier auch mache. Ähm... Ja, hier ist der Gereich, ne? Von... Wer war vorher... Na, doch nicht alle! Verdammt! Alle sollte er jetzt nicht machen. Zwei habe ich jetzt... Drei... Reicht. So... Wollen wir noch genug mehr? Das muss ich später machen. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt... Wir haben jetzt die Öfen... Tagefeuer haben wir... Werkbank... Das haben wir... Die Kochstelle haben wir... Das haben wir... Ja... Ähm... Aber der Zaubertisch... Wo ist der denn jetzt? Hm... 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 Ich meine... Ich habe den auch schon freigeschaltet... Ähm... Da... Ach, da wo ihr noch die anderen müsst... Ähm... Muss ich mal kurz gucken, ob ich... Die Dinger hier noch drin habe... Aber ich glaube, die habe ich gar nicht mehr... Weiß nicht, ob ich da jetzt noch welche von Hopp... Und dann mag es schon immer... So sein, dass ich die erst wieder besorgen muss... Ja, klar... Gut... Ja, gut... Dann machen wir den... Zauber... Shit... Gleich, würde ich sagen... Hier keine leere Kiste mehr... Oh... Rattern... Rattern... Rattern hatte ich da jetzt auch schon zu... Aber Garn ist das... Kein Rattern... Vorher war das Rattern... Jetzt... Es ist ja Garn... Rattern... In der Weile... Hier... 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 Jetzt... ...hier... Jetzt... Wirten... wenn es weg von Kirchbeulitz ist, kann ich da auch einschmeiden. Die Pallinger nicht. Ich brauche immer takt auf die Tür hier. Ich habe gerade mal rüber. Ich hoffe, dass noch alles steht, wo ich stehen soll. Das war's für heute. also die einzelnen dinge die ich jetzt hier gekauft habe gesagt habe ich noch nicht ausprobiert habe sie da in den haus hingestellt um die level zu bekommen das werde ich alles jetzt nach und nach eingehen und gucken was da alles ist ich ein bisschen gespannt drauf unser haus ist auch zum großteil ich würde sagen Was ist das Knöpfe hier? Ich wollte eigentlich nicht so gerne von ganz da haben, aber ist ja auch erstmal egal. Kommt ein. Gut, da kommen wir wenigstens noch von der Seite auch noch, ist alles super. Ähm, Lagerfeuer. Lagerfeuer würde ich gerne hier sitzen, auch schon. Ach, da hat er den nächsten Platz hier auch gut. Ich glaube hier ein paar zu viel gekrocknet jetzt. Boah, mein Gott. Lieber zu viel als zu wenig. Ähm. Die Kochstelle. Groß ist die hier. Und die bauen wir da rein. Was man da alles jetzt macht, das gucken wir uns später an. Ähm. Wir stellen das erstmal hier ein. Also wir richten hier erstmal unser Holzschnein ein. So, was haben wir jetzt noch? Das war eigentlich alles. Ach ne, die Stühle haben wir noch. Hm. Was hab ich denn hier jetzt drin? Wenn, äh. Hier haben wir sogar die Dinger. Die können wir gleich mitnehmen. Ähm. So. So. Und das nehmen wir jetzt mal alles. Und. Mal kurz abreißen. So. Alles von letztes, was wir gebaut haben. Packen wir. Jetzt packen wir jetzt mal alles hier rein. Genau rein. So. Hm. Ich schmeiße damit das so mein Tisch wird. Das wird so doof. Hier will ich mit der Luftschränke und so eben bauen. Hm. Das Lagerfläche. Dann ja. 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 Ah ne. Wie machen. Bitte brauchen wir noch einen zweiten Tisch und so weiter. Ähm. Viel. 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 Da gehen wir auch später noch rein. Na. Na. Geht zu. So. Fingen wir grad zurück. Machen wir. Was kann man jetzt noch craften. Ähm. Stinkts. Die hab ich schon gecraftet. Ähm. Schränke müssen wir momentan noch machen. Ähm. Die müssen wir noch craften. Ja. Ja. Ist das eben gut auf hier. Ja. 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 Panta, hilf mir. Ich hasse die Viecher. Panta, ich bruch der Hefe. Mach ihn kalt. Löffel zwölf. Löffel zwölf. Nicht auch mal genug. Okay, ich saß eben auf dem Panta. Ich wollte nicht auf den Kommiss. Ja, ähm. Wir waren dabei. Magische Schirme suchen. Schmeiß ich aber jetzt raus. Und das war mich alles in der dunklen stillen Mundurie. So. Das müsste sogar schon wieder reichen, um das zu bohren. Oh, ich wollte nicht wissen. Ich hab das Ding sogar gebaut. Was brauche ich jetzt erst mal für den... Da brauche ich Heid und grüne Zeug. Das brauche ich. Und Heid. Heid haben wir hier auch gut drin. Das weiß ich. Das weiß ich. Ich hoffe, dass es das auch ist. Aber irgendwie... Schalb mir. Hä? Wo ist er denn jetzt? Warte, ich hab das noch... grad reingepackt. Sagt er mir, ich hab das nicht drin. Hä? Das sind die grünen. Und das ist... Das müsste das doch sein. Wo ist das sogar wieder? Das andere Zeug. Ich weiß es jetzt nicht. Und da muss... Ah, ich glaub, das ist das andere Zeug. Okay. Das sind nicht die... Ich glaub, die denn das sogar... 565 Brüte. Ich müsste hier nur hier... im Schrank, glaub ich, drin haben. Ja. Okay. Nein. Sag mal. Das bauen wir einmal. Da bauen wir nach rechts. Da kommen wir mal zwei Punkte. Ist egal. Ja. Aber jetzt wollte ich nur auf den magischen... Was ist das denn hier? Das können wir auch gleich bauen. Ich weiß nicht, was das ist, aber... bauen wir einfach. Haus für das, was das immer... Sachen noch nicht mehr bauen... Ich weiß nicht mehr, weil wir auch. Ich weiß nicht mehr, wenn wir mal ein bisschen... Wir schießen, dass wir das. Und ich weiß nicht mehr, woher sie sind. Also, wenn wir hier... Und wir haben etwas über die... Jetzt aber, jetzt sollte ich das gebrauchen können, da, gucken wir mal ob ich 2 von Hagefeuer habe ich genug, am Motto pissen können, ey, jetzt kommt die natürlich sowas, was ich nicht will. Warte ich jetzt nicht, das wollte ich, du Mörser, da fehlt mir jetzt viel Arbeit, ok, irgendwie ich bin gratis, mit der weh jetzt so ein bisschen hab ich so das Gefühl, aber es ist ja auch auf der anderen Seite, ich hab sowas auch, ich hab sogar 2 schon gemacht. nicht schlimm, nicht schlimm. So, was brauchen wir jetzt noch für den magischen Tisch? Ich bin jetzt blind oder was? so, da wo ich jetzt noch Kupfer, Metall und das andere, alles genau. So, das sollte ich alles hier drin haben, um das bauen zu können. so, alles klar, Schränke, können wir, können wir Schränke klopfen noch, Stöcke noch. So, da brauche ich noch mehr Holz, Rattern und so weiter, das kann da erstmal rein, das kann rein. Das ist ein Holz brauche ich, vielleicht immer ein bisschen mehr. Dann kann man ruhig ein paar Schränke mehr bauen. Ich bin jetzt blind. Irgendwie packt der Spie schon wieder Rad. Ach, da brauche ich auch mit, ja. Okay, da brauche ich auch keine Stoff für. Dafür brauche ich Metall. Da brauche ich noch 4 Stück. Okay, da brauche ich noch 4 Stück und Waffen. Ach, ich hab ja nicht von Holz, aber ich hab doch Holz gefarmt. Ich weiß nicht so, dass ich hier eins gefarmt hab. Mach mal Nummer 9. Oh, Level Up. Ähm, was gehen wir denn da? Ja. Ich hab ja nicht mit Überleg genug. Ich könnte noch mal ein bisschen was drauf machen, ruhig gehen. Ausdauer, kann auch noch ein bisschen was gehen. Ja. So. Hm. Was ich eigentlich gar nicht noch kraften wollte. Das sind, was ist das? Wo 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 ist das? was das dinge nehmen wir mal mit wo ich da nicht für holz muss ich dann halt noch mitnehmen das brennt ja nur mit holz aber das können wir dann immer noch dann machen vielleicht schmeißt es einfach auch passen Stroh brennt ja auch aber jetzt mal habe ich erstmal gekümmen ich meine ja da so noch über den Weg noch nicht super ach im Bett muss ich dann auch noch bauen dann machen wir später halt hin respawn halt da muss ich dann auch noch craften was die ganzen Sachen dann halt machen werde ich dann in der nächsten Folge erklären weil das wird alles ein bisschen länger gehen oder länger dauern weil ich selber das auch noch nicht gemacht habe ich werde das jetzt hier noch aufstellen ich denke mal dann war es das wohl für diese Folge war vielleicht nicht so interessant ähm was ich vielleicht noch zeigen werde jetzt gleich schnell ähm was ich da alles gecraftet habe also das könnte ich hinterher noch machen was also was jetzt äh was ich jetzt so gequappt habe werde ich denn noch zeigen aber was sie genau machen oder was es genau macht werde ich dann in einem separaten Video machen hier 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 das ist der magische tisch ich denke der sieht so episch aus der tisch baum stempel hier so richtig episch so nächste schränke ich würde schränke gerne wenn man da halt paar steine oder so was man halt malen tut rein machen da würde ich gerne ich gerne hier noch ein schrank anstellen wichtigere sachen das fenster ist natürlich jetzt kacke so so bruchierten ja Ja, da gehen. Und jetzt habe ich jetzt umgehend noch Schränke machen, da rein gehen, das war so 6, das sind kleine wackeln keine großen so klein aber das reicht für den zweck da haben wir jetzt einfach ein ich mann nicht weiter Machen wir hier auch noch einen hin. So, wie fahren wir jetzt? So, wir müssen hier einfach hin. So, hier. Aufsneiden hier. So, hier. sieben so keine befestigung wo ich bestimmt was okay gut aber ich hier noch holz ich kann es nicht wieder durchsachen ab ist nicht mehr so aber ich habe es nicht mehr 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 ein paar Wasserleitungen auch keine Befestigungspunkte ernsthaft muss ich jetzt die Dinger das ist natürlich schon cool ich baue auf jeden Fall, ich weiß dass ich die Dinger das ist so die Dinger das ist so aber bisschen komisch aus aber es ja egal sieben wir haben noch das berechnet sich bei dem Weg hier einfach noch mit den letzten dran was soll das geben können wir später noch ein paar mehr machen so wo wo ich den da jetzt stein ich weiß nicht ob ich jetzt hier steine habe ich glaube nicht dass ich jetzt hier doch habe ich was ist halt wie so ein Wasserspender zum trinken das wird heute geregnen das ist klar ähm wir fliegen jetzt gerade zurück nek was in der nächsten Folge werde ich euch noch mal komplett erklären was die einzelnen Dinge halt sind dann kann ich auch den ich ein paar Sachen kraften dann habe ich auch dabei das ganze Zeug drüben ja dann kriegen wir jetzt gerade mal rüber und dann kann auch irgendwann der Umzug beginnen ja den Umzug doch ne den Umzug kann ich noch gar nicht machen ich muss noch das Außengehege bauen ich muss da ja auch irgendwie Sicherheit reinbekommen dass meine Tiere nicht dauernd angekommen werden das stimmt na egal so hat es immer noch nicht war davor jetzt erstmal Farmen angesagt die ganzen Sachen neu fahren und so weiter und das das wird halt auch noch ein bisschen dauern ok dann würde ich sagen war es für diese Folge wenn euch die Folge gefallen hat könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen Daumen nach oben oder halt ein Abo will ich mich drüber freuen aber bis zum nächsten Mal Ciao